Ich habe ja letztens schon in einem Video zur Corona-Pressekonferenz gesagt, dass gerade auch im Vergleich zu Angela Merkel, Markus Söder durchaus eine sehr gute Kommunikation hat, die auch einen guten Teil dazu beitragen kann, dass er eben heute so hohe Beliebtheitswerte hat. Tatsächlich können natürlich auch inhaltliche Faktoren, also die Entscheidungen, die er trifft, die Politik und so weiter dazu beitragen. Darum geht es ja hier auf dem Kanal komplett gar nicht, sondern es geht ja hier wirklich nur um die Kommunikation, die Art und Weise, wie er seine Inhalte rüberbringt. Und da hat er durchaus eine sehr professionelle Kommunikation, die wir uns heute mal in dieser Videobotschaft, die ihr mir auf Instagram zugesendet habt, dass ich die doch mal analysieren soll, die ich eben genauer mal anschauen werde. Und wie das Pfingsten? Normalerweise ist Pfingsten für uns neben dem religiösen Fest eine der schönsten Urlaubszeiten des Jahres. Zum einen natürlich, ihr kennt es aus meinem Meisterkurs Rhetorik, einer der standardmäßigen Anfänge für eine Rede. Das Spiegel in der Realität der Zuhörer heißt, die Leute abzuholen, wo sie gerade sind. Das war ein Video von Pfingsten und dann natürlich gleich einzusteigen, nicht mit Guten Tag, hier ist Dr. Markus Söder. Ich freue mich sehr, als bayerischer Ministerpräsident heute mal wieder zu Ihnen treten zu dürfen, sondern direkt anzufangen, mit dem Inhalt zu sagen, und wieder ist Pfingsten. Das ist eine Aussage, der kann jeder zustimmen, der weiß, dass Pfingsten gerade ist. Und natürlich dann auch gleich weiter zu sagen, okay, normalerweise ist Pfingsten, also auch gerade diesen inneren Widerspruch so ein bisschen, normalerweise ist es so, das auch darzustellen, religiöses Fest, Urlaubszeiten und so weiter. Das ist durchaus auch sehr gut, gleich das am Anfang mit aufzubringen und damit natürlich auch gleich positive Gefühle, vielleicht auch ein bisschen an die Vergangenheit zu wecken. Die Bayern schwärmen aus in ganz Europa, viele nach Italien. All das ist in diesen nächsten zwei Wochen kaum mehr möglich. Hier finde ich dieses, die Bayern schwärmen aus, durchaus nicht sehr hilfreich auf der kommunikativ-rhetorischen Ebene, weil er damit natürlich so ein Wir-gegen-Sie-Gefühl erzeugt, was zum einen okay ist, wenn er wirklich jetzt nur zu den Bayern spricht, allerdings für eine generelle politische offene Kommunikation natürlich nicht so hilfreich ist. Also da auch vielleicht für deine eigene Kommunikation. Achte darauf, wen du inkludierst in deine In-Group. Das kann durchaus auch sinnvoll sein, so In- und Out-Groups zu kategorisieren und zu sagen, hey, wir sind die, die wirklich für das Richtige eintreten. Allerdings sollte man dann aufpassen, dass man eben dann auch die ganzen Leute, zu denen man spricht und gerade bei so einem Internet-Video natürlich potenziell eine große Gruppe eben auch abholt. Natürlich kann man sich klar gegen andere positionieren. Da sollte dann aber niemand drin sein, im Endeffekt, der bei einem ist. Es ist ja jetzt hier nicht gegen die Nicht-Bayern, aber trotzdem ist hier so eine gewisse kommunikative Trennung. Wir machen Urlaub daheim und wir besinnen uns, wie es weitergehen soll in diesen schwierigen Zeiten. Finde ich kommunikativ sehr gut formuliert. Zum einen zu sagen, okay, diese anderen Sachen, die sind kaum mehr möglich. Aber jetzt ist es nicht zu überdramatisieren und zu sagen, hey, doch, da sind auch die positiven Dinge. Wir machen Urlaub und zwar daheim. Wir besinnen uns, also sehr positive Wortkonnotationen. Und dann aber auch trotzdem zu sagen, ja, es sind schwierige Zeiten. Corona stresst Bayern weiter. Hier so ein bisschen auch die Personifizierung von Corona. Ja, als wäre es ein Mensch, der ja Bayern stressen könnte. Also sowohl Corona als auch Bayern wird so ein bisschen personifiziert, beziehungsweise, ja, die Nominalisierung würde man auch sagen, eine Verletzung der Ausfallbeschränkung. Aber grundsätzlich hier einfach, ja, diese Personifizierung hilft natürlich auch dabei, eben ein Feindbild gegen Corona zu zeichnen, was ja im Endeffekt auch ein durchaus passender Feind ist. Ja, und kein menschlicher Feind oder sowas, sondern eben so ein Problem, das zusammen angegangen werden kann. Also, die einen sind besorgt, die anderen genervt. Das finde ich gut, dass es so formuliert, denn da hat er zum einen erstmal alle mit abgeholt. Die, denen es sowieso gut geht, die sagen, okay, die einen sind besorgt, die anderen gestresst, okay, kann ich verstehen. Aber vor allem die, die eben wirklich besorgt oder genervt sind, die hat er damit gut abgeholt. Und er respektiert damit auch die Leute, die eben sagen, ah, die Masken und die zusätzlichen Auflagen und so weiter, finde ich wirklich nicht gut. Also auch die mit zu inkludieren, ist durchaus sinnvoll, je nachdem, wie dramatisch die Situation ist. Also, wenn jemand auch mit euch spricht und ihr wisst, okay, der ist wirklich voller Rage, der ist in Wut, dann würde ich jetzt nicht sagen, es sind manche auch genervt oder so. Aber grundsätzlich ist es schon sehr gut, da erstmal alle mit zu inkludieren. Trotzdem müssen wir weiter umsichtig und vorsichtig sein. Wir haben alles im Blick, wir schauen auf Infektionszahlen, wir erleichtern schrittweise, aber eben so, dass wir keinen Rückfall befürchten müssen. Hier hat er zum einen gesagt, ja, wir müssen darauf achten, so ein bisschen, wir müssen alle darauf achten, dass es gut weitergeht. Und dann, wir haben alles im Blick, heißt so diese Verschiebung von wir, dem Volk oder den Bayern im Endeffekt und dann wir im Sinne von der Landesregierung auch. Und natürlich auch, ja, zu sagen, was sie tun, ist natürlich dann auch nochmal sinnvoll. Wichtig wird es sein, wenn die Zahlen stabil bleiben, dass wir nach Pfingsten dann für Schule und Kita eine neue Perspektive bieten. Unser Ziel ist, dass bis zum 1. Juli alle Kinder wieder in der Schule gewesen sind oder in der Kita. Wir brauchen die Betreuung für die Eltern. Kinder brauchen auch Kinder. Und auch die Bildung in unserem Land soll vorankommen. Hier natürlich einige Punkte zu nennen, die erstmal auch wieder so Allgemeinplätze sind. Ja, Kinder brauchen Kinder, wir alle brauchen Bildung, es soll weitergehen. Das ist schon relativ klar. Ist aber auch nochmal hilfreich, so ein gewisses Nicken von der Menge abzuholen. Das nennt man auch Covering All Bases, dass man im Endeffekt die Zuhörer da nochmal so in so ein Verständnis auch reinbringt. Und was ich hier dann auch wiederum ganz gut finde, ist, dass er von diesem Jetzt-Zustand und dem Negativen, was jetzt auch ist, aber wie man positiv damit umgehen kann, dann auch weiterhin geht und sagt, das ist die Perspektive und das ist auch ein konkretes Ziel. Ich möchte an dieser Stelle einen ganz persönlichen Dank an die Familien absprechen, ganz besonders an unsere Frauen. Denn die haben in den letzten Wochen, so glaube ich jedenfalls, die Hauptlast getragen. Und wir sollten jetzt einfach nicht nur Dankeschön sagen, sondern wir sollten auch die richtigen Lehren daraus ziehen. Zum einen natürlich gut, hier Dankbarkeit auch offen zu zeigen. Es wirkt jetzt allerdings so ein bisschen, ja, ein bisschen gespielt. Also wie kommt jetzt konkret auf diesen Bezug? Klar, das ist natürlich eine große Belastung. Es wirkt jetzt aber so ein bisschen, und das ist ja auch ein Vorwurf, der ihm immer wieder gemacht wird, so als würde er jetzt halt einfach so Good-Liking-Thema oder Themen ansprechen, die im Endeffekt ja von den Leuten so abgenickt werden. Ja, wir müssen uns um die Gleichberechtigung kümmern und dass es uns allen gut geht und um die Bildung und um die Kinder. Also das sind alles so Allgemeinplätze, wo man auch sagen kann, okay, da ist ja auch vielleicht ein bisschen so wie jemand, der sehr opportunistisch auch im Endeffekt das angeht, was gerade so im Mainstream ist, ja, dann jetzt sagen würde, ah ja, wir müssen gegen Rassismus vorgehen und die übernächste Woche dann eben das nächste Thema. Wir müssen, was das Thema Gleichberechtigung und Stärkung der Rolle der Frauen betrifft, noch mal eine ganz neue Idee haben. Generell, ihr merkt hier auch so wieder dieses sehr vage, etwas zu sagen, ja, wir müssen auch eine neue Idee haben. Was ist das jetzt konkret? Was das Thema der Gleichberechtigung trifft, müssen wir eine neue Idee haben. Das sind auch ganz viele andere Sätze, sehr unkonkret, sehr abstrakt, aber grundsätzlich hilft es natürlich auch damit, so ein generelles Abnicken im Endeffekt zu erzeugen. Deswegen hat er vielleicht auch so hohe Akzeptanzwerte. Ich habe in Bayern mein Kabinett als erster CSU-Minister, aber sind paritätisch besetzt. Das ist natürlich jetzt ein Punkt, um dieses positive Thema, was ich übrigens auch wieder gut finde, nachdem er negativ, dann ein Ziel, positiv und dann jetzt ein neues Thema einzuführen, um halt einfach zu sagen, hey, es ist nicht nur Corona das Thema, sondern im Endeffekt sind es eben auch andere Themen, die er angeben möchte. Die soll und darf keine Rarität sein, im Gegenteil, das muss Normalität werden. Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Das finde ich, ja, starke Sätze, die kann er noch etwas mit mehr Enthusiasmus sprechen und sagen, das darf keine Rarität sein, sondern das muss eine Normalität sein. Gleichberechtigung auf allen Ebenen. Ja, wenn man das so noch ein bisschen stärker bringen würde, dann wären das sicher auch Sätze, wie die Zeitung gut zitieren könnte. Die Anliegen und Sorgen unserer Frauen, gerade auch der jungen Frauen, die jetzt Beruf und Familie zu vereinbaren suchen, müssen an oberster Stelle unserer politischen Arbeit stehen. Dem wollen wir uns widmen. Deswegen nochmal herzliches Dankeschön. Dem wollen wir uns widmen, würde ich umformulieren, dem werden wir uns widmen. Wobei natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, soll die oberste Priorität werden? Dann weiß man jetzt nicht, ob, sage ich mal, aufgrund der Handlungsweise, was natürlich auch ganz andere Themen vielleicht gerade angeht, Corona und so weiter, ob das jetzt die erste Priorität von ihm auch ist. Und da muss man auch so ein bisschen schauen, dass nicht die Glaubwürdigkeit dann auch schwindet, wenn er sagt, ja, das ist das Allerwichtigste und dann nächste Woche das und dann nächste Woche das. Da muss man oder sollte man sich auf jeden Fall etwas klarer auch festlegen. Übrigens, wenn du auch ein anderes Video mal analysiert haben willst, irgendwelche weiteren Kommentare oder Ideen hast, schreib sie gerne entweder in die Kommentare und folg mir auf Instagram unter atredefabrik. Da gibt es auch zusätzliche Inhalte und Behind-the-Scenes-Einblicke zur Redefabrik. Schau dir auch gerne den Meisterkurs Rhetorik an, wenn du selbst für deine Kommunikation, deine Rhetorik noch etwas tun möchtest. Verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Wir können weiter aufeinander bauen und bleiben Sie gesund, aber bleiben Sie auch ein bisschen vorsichtig. Denn Corona ist nicht weg. Corona ist da und alle, die meinen, Corona kann man ignorieren, sind im besten Falle naiv. Alles Gute, schöne Pfingsten und bleiben Sie gesund. Das ist nochmal ein schönes Trikolon, wahrscheinlich eher sogar ein Klimax am Ende, noch so drei Punkte. Alles Gute, schöne Pfingsten, bleiben Sie gesund. Davor das zu sagen, ja, jeder, der die ganze Situation hier unterschätzt, der ist im besten Fall naiv, finde ich eine gute Formulierung, da sie so ein gewisses Understatement ist und eben nicht gleich dieses, ah ja, das ist ein Verschwörungstheoretiker und die haben doch alle keine Ahnung. Nein, er inkludiert sie und sagt, hey, das ist etwas naiv, sollten wir schon noch etwas vorsichtig sein, allerdings eben niemanden da direkt abzuwerten. Das sind so ein paar Punkte, die meines Erachtens ganz klar zeigen, warum seine Beliebtheitswerte so hoch sind, da er durchaus durch die kommunikative Ebene sehr verbindend ist, allerdings relativ wenig konkret. Jetzt ist es natürlich auch wichtig, wenn er so eine große Zustimmung auch hat, diese dann auch in konkrete Taten umzusetzen und diese dann aber auch klar zu kommunizieren. Hier sollte dann ein anderer Weg der Kommunikation viel konkreter, viel direkter auch gefahren werden, um eben auch zu zeigen, welche Durchsetzungsstärke er hat und eben nicht in Anführungszeichen nur der, ja, sehr positive, sehr sympathische, vielleicht auch für manche und sehr, ja, einfach verbindende Präsident beziehungsweise dann vielleicht auch später in einer anderen Position da zu sein. Das war meine erste Einschätzung. Schreibt doch gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Besucht mich auf Instagram bei Erdredefabrik, abonniert den Kanal hier, dass ihr die neuesten Videos auch immer mitbekommt und schaut euch gerne den Meister Kursatorik an. Wenn es euch interessiert, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und viel kommunikative. Bis zum nächsten Mal.